So, es gab Schneeverwehungen, da hat sich mein Rad hinten gleich ein bisschen eingegraben. Ah, herrliche Tiefschneeabfahrt. Wieder das Tief. Oh no, wieder mal stecken geblieben. Tini, komm, lauf! Es liegt jetzt wirklich einiges an Schnee. Bin ich voll stecken geblieben mit dem Fahrrad. Das sehe ich leider nicht mehr, wo der Weg verläuft. Ach Mist, wieder mal stecken geblieben. Schwung! Da verläuft der Weg auf jeden Fall nicht, aber nach vorne müsste ich wieder drauf kommen. Tini baggert sich da durch, Natini. Viel Schnee, viel Schnee, gell? Ach, das war Wahnsinn. Anstrengend. Irgendwo da unten müsste ich dann auf den Weg wieder kommen. Ab jetzt bin ich am Weg. Das klingt gar nicht mehr von rechts abzweigen. Okay, da war was unterwegs. So steckig, dass man abzweigen kann. So steckig, dass man abzweigen kann. So, hier. Dann bin ich wieder vom Weg. Das war's. Boah, Marc, da Schnuffeli. Na Tini, bin ich dir zu schnell? Sogar das Runterfahren anstrengend bei so viel Schnee. Okay.